Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Das ist Möglichkeit 1 und die scheint auch richtig zu sein. Das könnten gefällt mir nicht. Es muss ja jetzt auch so gehen. Okay, es geht nicht so. Die Frage ist jetzt nur, wie bekommen wir die Kiste da wieder aus der Ecke raus? Nennen wir am besten nochmal an. Schau, ob die Kiste steht. Und wieso ist das jetzt da wieder? Eigentlich gefällt mir das Geräusch. Entweder ist das Wasser oder es ist eine Zapperspur. Und wenn es eine Zapperspur ist, gefällt mir das nicht. Scheint eine Wasserspur zu sein. Oh, guck mal nicht was. Oh, was erwartet uns hier? Ich hab Angst. Es wäre ja so klar, dass das Ding einstürzt. Ich kann mir auch schon vorstellen, was es ist. Ein Fisch im Wasser, richtig? Oh, Munition. Danke, lieber Gott. Seid ihr hier eh Spaß mit dir. Ich will lieber da raus. Da steht Exit oder auch. Wird mir nicht jetzt wirklich sagen, dass ich hier nicht irgendwie rüberkomme, oder? Doch, wollen sie. Ist da was? Was zum... Da hab ich das dumpfe Gefühl, dass ich da nicht... Oh. Wie wärs, wenn wir mal die Tür hier... Ich hab da so ne ganz geniale Idee. Die muss funktionieren. Ah, gut. So könnten wir Munition sparen. Ich hab da so ne ganz geniale Idee. Die muss funktionieren. Die muss ich nur und dich treffen. Hab ich? Hm, fast. Hm, fast. Treffer. Alles eine Frage der Technik. Da sind auch gleich neue Granaten. Wie schön. Und wir wissen auch gleich, wo es weitergeht. Ich sollte hier nicht immer alles kaputt machen. Ich hab nur grad ein Problem, dass ich nix zum Hochschieben da hab. Hm. Hm. Was soll ich das denn dann machen? Vielleicht mit dem... Hm. Also so komm ich da nicht hoch. Oh. Was zum Schieben, ey. Ich hätte dich das doch nicht so aufspringen sollen. Hm. Hm. What's... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.